Hallo, ich bin Dieter Wohl und Sie schauen auf LNK TV und ich hoffe, Sie haben einen schönen Tag. Es regnet und wer weiß was und hinter jedem Stein stehen irgendwelche Leute, die nicht da irgendwie fotografieren wollen. So clean und es darf nicht so sauber oder auch nicht zu fett und so durch diese ganzen Sample-Geschichten. Dass also einer vom anderen immer sammelt, dadurch werden die Sounds natürlich doch immer ein bisschen schlechter. Und dadurch, diese Klangästhetik ist einfach so ein bisschen dreckig scheiße auf Deutsch gesagt. Und das musst du natürlich schon auch übernehmen in deinen Besuchen, sonst klingst du auf einmal wie Flippers oder so. Ihre monumental, mega geile Welttournee Oton Dieter startet voraussichtlich im Mai. Mal sehen, wie viele Abgänge Dieter bis dahin noch haben wird.